Musik Willkommen zurück zu Black Ops 2 Zombie Modus, mit dabei Ander Serial und der Marv zockt. Hallihallo. Hi, servus. Und hier gleich mal wieder die wegholen und ich denke mal dieses Mal sind wir deutlich besser. Ja, willkommen bei unserem flotten Dreier heißt das. Motto dieser heutigen Episode. Mich habt ihr zum Klo abbestellt, das ist auch so eine Sache. Ja, komm. So. Aber du hast geile Titten. Komm mal ab. Können wir einmal hier hinsetzen zu den Blaupausen. Du hast aber geile Titten. Ja, ich weiß. Komm damit klar. Jetzt schaut hier nicht auf die Titten, ich will einmal Welle 7 oder sowas sehen. Ja, für mich ist das jetzt so die erste wirkliche Runde, die wir aufnehmen. Nach dem zweiten Versuch oder nach dem fünften Versuch oder nach dem zwölften Versuch. Aber jetzt läuft es hier. Weil wir es ihm beibringen müssen. Ja, weil wir es ihm beibringen müssen. Ich bin der Noob. Oh, meine Punkte sagen wir was anderes. Titten Modus gibt es keinen Noob, oder? Das sind keine Punkte, sondern das ist Geld. Und ich habe eben gerade schon Geld ausgegeben. Und ich habe die Turbine fertig gebaut. Zeig mal, zeig mal, zeig mal. Leute, guck hier. Da oben steht sie, ja. Ja, und hier kann ich sie hinstellen und dann hätten wir hier die Tür auf. Jetzt geht er wieder zu euren Seiten, denn, wie gesagt, ich will hier heute mal einiges erreichen. Wie war das zweite Runde, nur mit dem Messer? Zwei Schläge mit dem Messer in der zweiten Runde. Oder du schießt sie an. Was mehr Sinn ergibt, als wie halt eben nur zu messern. Oh, instant, instant, nur noch Nahkampf, nur noch Nahkampf. Bei mir sind keine Zombies. Was ist denn das? Wir haben gerade Feierabend. Aber lass dir auch wirklich reinkommen. Ja, da kommt ja gar keiner. Ja, weil dein Fenster offen ist, äh, zu ist. Da kommt ja nicht mal jemand zum Klopfen. Da kommt nicht mal jemand zum Klopfen. Hallo, darf ich hier rein? Wir haben die Zombie-Apokalypse besiegt, glaube ich. Yes! Yes, yes, yes. Ich habe nicht einen erwischt. Einen erwischt hier drin und jetzt kommt das Feuer. Also wirklich hier gucken. Na, ganz gemütlich. Das läuft. Ich mach mal wieder mit. Die braucht ja hier niemand. Oh, ich lehne mich mal dann hier zurück, ja. Mach den BH auf. So fühle ich mich wohl hier, ey. Ach, da kommt noch jemand. Ach ja, nur Titten im Kopf. Nein, 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 an der Brust. Wahrscheinlich erwiesen, dass wenn man den weiblichen Char hier spielt, Oh, das war... Schlechter ist. Schlechter dran. Schlechter dran, natürlich. Ja. Oh, oh, hier drüben. Max Amor. Ja, ich habe volle Ammo. Bei mir klopft keiner. Ah, jetzt klopfen sie. Ah, wer es sicher hier noch durchladen kann. Ich lasse mal reinkommen. Achtung, bei mir kommen sie rein, bei mir kommen sie rein, aber mit Absicht. Wir wollen ja hier die Boni. Jaja, bei mir kommen sie rein mit Absicht. Natürlich. Was du machen musst, ist, während diese Übersteig-Animation läuft, musst du ihnen den Kopf abschießen. Weil dann fallen sie nämlich automatisch bei dir rein. Also bei mir kam jetzt gerade nur einer. Nein, aber hier kommt noch einer. Den lasse ich hier noch rein. Was ist denn los? Voll gemütlich gerade. Jetzt draußen aufmachen, mit der Turbine. Oder soll eine Bälle hier drin bleiben? Eine machen wir noch. Da kommen eine Bälle. Kein Problem, also im Moment ist es ja ganz easy. Bei mir kam gerade nur einer. Ich weiß nicht, die sind alle bei dir da hinten, Kies. Ja, bei mir sind irgendwie auch keine wirklichen Gegner. Ich mache Arbeit, ihr spielt mit den Titten, okay? Eine geht es da rauf. Sehr gut. Jetzt haben sie aber geschrien. Jetzt, glaube ich, kommen sie. Ja, jetzt kommen zwei bei mir. Also sie sind schon doppelt so. Warum zur Hölle kann ich ihnen ab und zu nicht messern? Ja, die Zombies wollen eben auch titten. Oh, 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 das ist... Jetzt haben sie mich erwischt. Oh Gott, der Noob wieder. Der Gott... Ich habe Atom... Bombe, Leute, Atombombe. Nein, 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 nein. Ich musste, ich musste, weil ich war ja ganz schön ein Bedrängnis, Leute. Ich muss Marv holen. Ja gut, dann hol du ihn und ich nage. Ich war leider so in der Bedrängnis, weil von hinten kamen welche und von vorne, da musste ich gezwangsweise... Oh, nicht schon wieder. Oh, Junge. Nicht sterben. Ich versuche, die immer noch zu messern. Das ist irgendwie so ein bisschen... Wir haben Double Points. Ich nehme mal Double Points. Dann hält der aus. Geht's. Und guck mal, dass die Seite sauber ist. Dann mach ich nämlich... Magst du mich aufheben? Ja, mach ich sofort. Okay, die Seite hätte ich... Kommen da welche? Ja. Und so ein richtig fieser... Okay. Und jetzt sollten wir gucken, dass wir hier rauskommen. Ich stelle mal hier drüben die Turbine hin. So. Können wir? Ist offen? Ja, ist offen. Dann mach ich das hier hin. Kann man die Tür hier wieder zumachen? Jetzt nehmen wir es wieder mit. Und alle in den Bus bitte. Alle Mann in den Bus hier drüben. Hat er jemand eine Granate geschmissen? Ja, ich hab nicht gewusst, dass wenn ich auf F drücke, dass ich eine Granate werfe. Das war G, mein Sohn. Nee, ich hab das umgelegt. Ach so. Das war so eine Panikgranate. Ja, ja. Die Noobgranate, um sie abzulegen. Ja, es kommen welche, Leute. Egal, egal. Der Bus, der legt hier gleich los und dann gehen wir zu der nächsten Station. Fahr bitte, Bus. Hier sind ein paar Kollegen, die möchten hier rein und die sehen eher so aus, als gehören die ins Altersheim. Senioren oder Zombies? Keine Ahnung. Ja. Das sieht genau gleich aus. Vor allem, die haben auch das gleiche Nachthemd an. Riechen ähnlich, ne? Ja, irgendwie schon. Sie riechen nach Tod. Boah. Das war jetzt nicht witzig. Was denn? Natürlich. Nein, überhaupt nicht. Ich hoffe, dass ich jetzt hier halten soll. Okay. Komm, Al. Ich hab zu einem Zombie gesagt, fang. Kennt ihr fang? Das Spiel fang? Musst einfach eine Granate hinters Auto werfen und zu einem Zombie rufen, fang. Ja und, wirkt's? Ja. Achtung. Also ich baller wie ein Verrückter gerade rein. Oh. Oh. Die hat er gedroppt und direkt auf mich raus. Ich grüße mich irgendwie. Äh, so. Okay. Achtung. Also wir kommen jetzt alle. Achtung. Also vorne ist es ziemlich ruhig mal wieder. Ich muss auch mal ein paar erschießen. Ich. Union mal daneben. So. In die Birne, in die Birne. In die Birne? In die Birne. Ist das so ein neues Indie-Game? Klar. In die Birne. Ja. Jetzt rausgehen und... So. Einmal über die Lava und hier drüben aufkaufen. Oh. So, ich mach als erstes Kiste. Und ich kriege... Oh. Eine fette Waffe. Oh, die RPD. Guck dir den mal an wie in Left 4 Dead. Diese Springer da. So. Dann bin ich dran. Mal sehen. Oh. Na super. Executioner. Ohne Pack'n Punch. Stämlich. Naja, es geht. Was Schlimmeres. Na, jetzt hab ich hier wieder... So. Lolololol. Die platzen hier. Hier. Das ist ja wie... Ich hab Atombombe. Ist jemand in der Nähe? Warte, warte. Ich hol den noch weg. Und jetzt nehm ich sie. Kaboom. Wir müssen weiter. Noch einmal ich und dann... Müssen wir los. Komm schon. Wer aufschubt, ja? Na super. Also ich sitz schon drin. Jetzt. Oh, ich werd gegrillt. Türen zu. Wir fahren. RPG. RPG in the air. Oh, wir haben ein Double Point. Ich hab immer noch jede Menge Kohle. Aber auch an jeder Station können wir was bauen. Ich schieße mal ein paar Gliedmacher. Der versucht von oben anzukommen, glaub ich. Kann das sein? Kommen die auch von oben rum? Ja, ja. Da zieht grad jemand oben drauf. Wahnsinn. Oh, 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 oh. Wie war das bei dem Märchen hier mit, äh... Ähm... Wie war das mit Hänsel und Gretel? Die haben doch auch irgendwelche Brotkrümel liegen lassen, ne? Ja. Und wir tun Körperteile von Zombies liegen lassen. Um andere Zombies anzulocken? Ja. Taktisch unglaublich schlau, glaub ich. Blut lockt Blut an. Es ist wie in der Serie hier Walking Dead. Da schmieren die sich ja auch mit dem Zombie ein. Ähm, richtig lecker. Dies hab ich gesehen. Sie kommen. Das war ja noch in der ersten Staffel. Ja, es war die zweite oder dritte Folge oder so. Keine Ahnung. Zehnmal angeguckt hab. Von hinten. Dum, 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 dum. So, passt auf, dass keiner oben reinkommt. Wir sollten rausgehen, komm. Sonst hier rausgehen. Einfach weiter. Oh, was war das? Ich hab schon wieder irgendwas eingesammelt. Nur Messern. Nur Messern. Immer nur Messern. Sollen wir jetzt raus oder nicht raus? Ja, jetzt können wir noch eine Station fahren. Jetzt hupt er schon wieder. Das ist alles gut. Messern. Messern. Nicht vergessen. Instant kill. Ah, wir blockieren uns alle gegenseitig. Wir blockieren uns alle. Nuke. Ich hab eben gerade die Nuke mitgenommen, ohne es zu wollen. Ohne es zu realisieren. Naja, realisieren schon, aber... Ja, man hat den Kabum gehört, aber sonst hat man hier nichts gehört. Das war's dann schon. Wir sind nageln hier. Ich bin schon am nageln. Also so hab ich noch niemanden genagelt, wenn du verstehst. Ich verstehe genau, was du meinst. Hat jemand Bock auf Mais? Mais? Ja, wir fahren gerade an einem Maisfeld vorbei. Ich wollte euch irgendwie von euren sexistischen Themen ablenken. Ich guck dir die ganze Zeit nur auf den Hintern. Geh mal weg da. Wo soll ich denn hingehen? Ich hab jetzt schon gedacht, du guckst mir auf den Hintern. Dann hab ich mich umgedreht. Schöner Mann. Da will niemand hingucken. Oh nein, da war hinten. Da war Maximum Amo. Warum hast du den abgeschossen? Ich geh raus und hol's jetzt. Die Schlampe darf laufen. So. Ai, 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 ai. Na, das bringt dir gar nichts. Äh, Zombie von rechts. Jetzt raus. Jetzt raus? Ja, komm. Wo sind wir denn hier überhaupt? Äh, äh, Schädel? Messern? Messern. Und noch Max Amos. Läuft doch. Oh nein. Achtung, Achtung. Nur keine Panik schieben. Keine Panik. Auf der Titanic. Erwischt. Bei mir ist einer explodiert. Klingt dramatisch. Was ist denn hier die Kiste? Da ist eine AK-U. AK-74-U, falls die einer braucht, Leute. Weiter Messern. Immer schön hier, ne, ne? Ihr wisst, was ich mein. Oh, guck mal hier. Die kommen bei mir wie am Scheißvlies. Die kommen aus dem Boden. Oh, ich bin K.O. Am Boden. Ey. Nein. Wieso Game Over? Warum sagt das? Was war das denn jetzt? Oh Gott, Jungs. Warum? Warum? Ich hab keine Ahnung, aber eben wans. Oh, das war eine kurze Aufnahme. Oh, das war ein kurzer Tator. Oh, das war ein kurzer Tator. Oh, und da? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.